Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Erfolgreich Englisch lernen. In diesem Video dreht sich alles um die 100 wichtigsten oder jedenfalls meiner Meinung nach wichtigsten Verben der englischen Sprache in den drei Zeitformen, die extrem wichtig sind zu wissen, meiner Meinung nach. Gleich geht es also los mit den Wörtern und hier an der Seite kannst du jetzt zum Beispiel das Wort Like sehen, was so viel wie mögen heißt. Das heißt, ich sage gleich das Wort Like und dann sagst du mir das Wort nach und dann sage ich die Simple Past Version, also die einfache Vergangenheit, liked und dann sprichst du mir wieder nach und dann sage ich die dritte Form, in diesem Fall liked zum zweiten Mal. Das ist also sehr einfach zu merken und dann gibt es hier unten einen Beispielsatz und dann werde ich diesen Beispielsatz vorlesen und dann sagst du ihn mir nach. Also in diesem Falle I like this video. Ich mag das Video. Und falls dir das Video gefällt, natürlich ein Like dalassen, also den Daumen hoch drücken und abonnieren, falls du hier neu bist. So und im zweiten Teil dieses Videos werde ich dich dann abfragen. Das heißt, ich werde dann das deutsche Wort sagen, also in diesem Falle mögen und du denkst dann oder sagst dann die drei Formen des Verbs, also like, liked und nochmal liked. So und ich hätte es fast vergessen zu erwähnen, dass man sich dieses Video natürlich auch mehrmals angucken kann, um die Verben so ins Langzeitgedächtnis aufnehmen zu können. Und falls es Probleme gibt bei einem bestimmten Wort, kann man das Video natürlich auch ganz einfach pausieren, um so ein wenig mehr Zeit zu haben, sich das Verb zu merken. So, aber jetzt geht es erstmal los mit den Top 100 englischen Verben mit Beispielsätzen. I need to add these documents to my application. Asked She allows her children to stay up late for special occasions. Ask Asked Asked Be Was, were, been I was very hungry yesterday. Become Became, become My daughter wants to become a doctor. Begin Began, begun He begins his speech with a citation. Believe Believed, believed I believe the house has not been sold yet. Borrow Borrow Borrowed Borrowed She borrowed a dress from my sister. Break Broke Broken If I bend a stick too much, it will break. Break Bring Brought Brought The clouds will bring rain. Buy Bought 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 He bought a dozen eggs. Call Called Called I heard his call from afar. Can Can Could Be able to The traffic light signals when I can drive off. Carry Carried 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 Our coach carries a whistle around his neck. Change Changed Changed People naturally resist change. People naturally resist change. Close Closed 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 She closed the lid firmly. Come Came 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 He will come home right after work. Cut 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 I cut the paper into small strips. Decide Decide Decided 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 The bold player decided to take a chance. Do Did Done I did everything I could. Eat Eat Ate Eaten I think we should eat something. Explain Explained Explained I will explain each aspect for better understanding. Fall Fell 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 Fall Fallen The fall of stock market prices continues. Feel Fell 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 I can feel the warm sun on my skin. Feel Fell 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 He fills the bottle with water. He fills the bottle with water. I could Finish Finished 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 I finished my work and was given a new task. So gel Follow You Fell Follow Follow Followed 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 I saw a cat and followed it. Fly Flew Flown The bird flew back to its nest Get Got Got She got flowers for her birthday Give Gave Given He asked me to give him the book Go Went Gone I am going home Happen Happened Happened I will be there, whatever may happen Have Had 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 All samples have different characteristics Hear Heard 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 I heard his call from afar Help Helped Helped The teacher helped with the homework Hold Held 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 I held my son's hand to cross the road Held 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 If you do not pay attention, you might hurt your fingers Held Keep Kept 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 They keep several hens in their garden Kept 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 Learned. Learned. You can often learn from mistakes. Leave. Left. Left. I had to leave the meeting to take an urgent call. Let. 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 He lets his children play outside a lot. Like. Liked. Liked. I like this video. Listen. Listened. Listened. I always listen to the radio in my car. Live. Lived. Lived. A pack of wolves lives in the woods. Look. Looked. Looked. He tried not to look into the glare. Lose. Lost. Lost. Damn. I've lost my keys. Make. Made. Made. I will make a list of topics for the meeting. Mean. Mean. Meant. Meant. Being generous means being able to share with others. Meet. Met. 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 We met in front of the opera at 8. Move. Moved. Moved. The dancer moved her arms gracefully. Name. Named. 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 He named the price and I paid it. Need. Needed. Needed. You don't need a ticket. You don't need a ticket. The concert is free. Obey. Obey. Obeyed. Obeyed. Employees must obey safety rules. Offer. Offer. Offered. 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 The host offered the guests food and drink. Open. Opened. Opened. The link opens in a new tab. The link opens in a new tab. Pay. Paid. 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 You have to pay at the till. Play. Played. Played. I play squash on Mondays. I play squash on Mondays. Promise. Promised. Promised. I promised my friend I would keep his secret. It. Pull. Pull. Pulled. You have to pull the door in order to open it. Put. 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 I put the book back on the shelf. Read. 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 I try to read a book every week. Remember. Remembered. Remembered. My grandmother often remembers her childhood. Ring. Wrang. Rung. I answered the phone when it rang. Run. Ran. Run. A cheetah can run very fast. Say. Said. Said. I said goodbye and left the shop. See. Saw. Seen. I see the sunrise from my bed. Seem Seemed Seemed The front wheel seems a little wobbly. Send 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 I use my mobile phone to send texts. Set 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 The visitors set their presents on the table. Shake Shook Shaken You have to shake the bottle before opening it. Shine Shined Shown The sun is shining through the grey clouds. Show Showed Shown He was not afraid to show his feelings. Sit Sat Sat The dog sat next to his owner. Shown Sleep Sleep Slept Slept I slept downstairs on the couch. Speak 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 Spoke Spoke Spoken I speak German and English. Spend Spend Spent 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 I spend a lot of time outdoors. Outdoors Stand Stand Stood 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 The doctor asked me if I could stand the pain. Stand Stood 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 Stop 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 Stopped 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 The children went outside when the rain stopped. Stood 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 Suggest Suggested 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 The waiter suggested the fried chicken. Stood 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 Took Took Taken I saw the chocolate, took it, and ate it. Talk Talked 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 Once babies learn to talk, the quiet times are over. Tell Travel Told 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 I told you it was going to rain. Think Thought 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 I thought the meeting was at 8 o'clock. Travel Travel Traveled Traveled I often travel to other countries. I often travel to other countries. Try Tried 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 We tried to reach the village on foot. Turn 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 Turned Turned We have to turn right at the corner. Understand Understood 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 The pupils could understand the new teacher much better. Use Used 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 She used a computer to do her work. Wait Waited 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 I arrived early and I had to wait for my friend. Wake Woke Woke Woken Wake I need to wake my children. Walk Walk Walked 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 I walked instead of taking the bus. Walk 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 Win Won Won I nearly won the game. Work Worked Worked I usually work Monday to Friday. Worry Worried Worried He always worries when his son comes home late. Write Wrote Written The author wrote many novels. So, das war's jetzt mit dem ersten Teil des Videos. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Ich würde es logischerweise empfehlen, dir das mehrmals anzuschauen, falls es noch Probleme gibt. Und gleich geht's weiter mit dem zweiten Teil. Wie gesagt, werde ich dich dann abfragen. Also ich sage das deutsche Wort, zum Beispiel mögen und dann sagst du oder denkst du das englische Wort. In diesem Fall like und dann liked und nochmal liked. So, bevor es gleich losgeht, möchte ich eben schnell den Sponsor des Videos danken. Und zwar bin ich da selber okay. Mein Buch Erfolgreich Englisch lernen gibt es auf Amazon und auf anderen Online Verkäufern ganz einfach zu finden. Es ist ein Mini E-Book mit nur knapp über 100 Seiten, das man ganz einfach durchlesen kann. Und dies sollte einem helfen, so erfolgreich Englisch zu lernen. So, gleich geht's also los mit dem zweiten Teil des Videos. Und falls man ein wenig mehr Zeit braucht, um nachzudenken, dann kann man dieses Video ganz einfach pausieren und dann kann man nachdenken und dann kann man wieder auf Play drücken und dann sich das Video so weiter angucken. Und wie ich schon vorher gesagt habe, sollte man sich diesen Videokurs natürlich mehrmals anschauen, um die Verben so auch ins Langzeitgedächtnis aufzunehmen. So, weiter geht's. Hinzufügen. Add, edit, edit. Erlauben. Allow, allowed, allowed. Fragen. Ask, ask mit E-D und nochmal ask. Sein. Be, was oder were und been. Werden. Become, became, become. Beginnen. Begin, began, began. Glauben. Believe, believed und nochmal believed. Ausleihen. Borrow, borrowed, borrowed. Brechen. Break, broke, broken. Bringen. Bring, brought, brought. Kaufen. Buy, bought, bought. Anrufen. Call, called, called. Dürfen. Can, could, be able to. Tragen. Carry, carried, carried. Veränderung. Change, changed, changed. Verschließen. Close, closed, closed, closed. Ankommen. Come, came, come. Schneiden. Cut, cut, cut. Entscheiden. Decide, decided, decided. Tun. Do, did, done. Essen. Eat, ate, eaten. Erklären. Explain, explained, explained. Fallen. Fall, fell, fallen. Anfühlen. Feel, felt, felt. Ausfüllen. Fill, filled, filled. Finden. Find, found, found. Beenden. Finish, finished, finished. Erfolgen. Follow, followed, followed. Fliegen. Fly, flew, flown. Werden, erhalten oder bekommen. Get, got, got. Geben. Give, gave, given. Gehen. Go, went, gone. Geschehen. Happen, happened, happened. Haben. Have, had, had. Hören. Hear, heard, heard. Helfen. Help, helped, helped. Festhalten. Hold, held, held. Verletzen. Hurt, hurt, hurt. Halten. Keep, kept, kept. Killen. Kill, killed, killed. Wissen. Know, knew, known. Lernen. Learn, learned, learned. Verlassen. Lief, left, left. Lassen. Let, let, let. Mögen oder gefallen. Like, liked, liked. Zuhören. Listen, listened, listened. Leben. Live, lived, lived. Schauen oder gucken. Look, looked, looked. Verlieren. Lose, lost, lost. Machen. Make, made, made. Meinen oder bedeuten. Mean, meant, meant. Bewegen. Move, moved, moved. Nennen oder bezeichnen. Name, named, named. Brauchen. Need, needed, needed. Gehorchen oder befolgen. Obey, obeyed, obeyed. Anbieten. Offer, offered, offered. Eröffnen. Open, opened, opened. Bezahlen. Pay, paid, paid. Spielen. Play, played, played. Versprechen. Promised, promised, promised. Ziehen. Pull, pulled, pulled. Stellen oder legen. Put, put, put. Lesen. Read, read, read. Erinnern. Remember, remembered, remembered. Klingeln. Ring, rang, rung. Rennen. Run, ran, run. Sagen. Say, said, said. Sehen. See, saw, seen. Erscheinen. Seem, seemed, seemed. Senden oder verschicken. Setzen oder einstellen. Set, set, set. Schütteln. Shake, shook, shaken. Scheinen oder putzen. Schein, scheint, shown. Zeigen. Show, showed, shown. Sitzen. Sit, sat, sat. Schlafen. Sleep, slept, slept. Sprechen. Speak, spoke, spoken. Ausgeben. Spend, spent, spent. Stehen. Stand, stood, stood. Starten. Start, started, started. Stoppen oder aufhören. Stop, stopped, stopped. Vorschlagen oder empfehlen. Denken. Suggest, suggested, suggested. Nehmen. Take, took, taken. Reden. Talk, talked, talked. Sagen. Tell, told, told. Denken. Denken. Think, thought, thought. Reisen. Travel, traveled, traveled. Versuchen. Try, tried, tried. Abbiegen oder drehen. Turn, turned, turned. Verstehen. Understand, understood, understood. Benutzen oder verwenden. Use, used, used. Aufwachen oder wecken. Wake, woke, woken. Gehen oder laufen. Walk, walked, walked. Wollen. Want, wanted, wanted. Beobachten oder anschauen. Watch, watched, watched. Gewinnen. Win, won, won. Arbeiten oder funktionieren. Work, worked, worked. Sorgen. Worry, worried, worried. Schreiben. Write, wrote, written. So, herzlichen Glückwunsch, du hast den zweiten Teil dieses Videokurses geschafft. Wie ich dir auch schon vorher gesagt habe, falls es noch Probleme gibt, schau dir das Video bitte mehrmals an, um die Verben so auch ins Langzeitgedächtnis aufnehmen zu können. Falls es noch Fragen gibt, schreib bitte unter dieses Video ganz einfach einen Kommentar und schau dir auch meine anderen Videos an, um so erfolgreich Englisch zu lernen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.